Die Highlights von SVE-TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Hier ist tatsächlich alles vorbereitet für eine massive Gänsehaut, denn die Choreografie, und da übertreibe ich definitiv nicht, die hat alligator-mäßige Züge an sich. Hallo, guten Tag. Ali, es ist unfassbar, was hier die Anhänger unserer Eintracht auf die Beine gestellt haben. Was war das Erste, was du dir gedacht hast, als du heute einen Schritt ins Moselstadion gesetzt hast? Gut, ich war ein bisschen überreicht. Ich wusste zwar, dass so ein bisschen was geplant ist, aber ich wusste nicht, in welchem Ausmaß. Von daher sah das natürlich schon beeindruckend aus, als wir hier angekommen sind. Uns wird da gerade was gereicht. Danke. Ja, und es gibt tatsächlich wahnsinnig schöne Bilder, die sich hier zeigen aus dem altehrwürdigen Moselstadion. Die Stadt, die Menschen, die Einwohner, die Anhänger, sie lassen hier die Eintracht hochleben. Sie feiern diesen Verein. Da sehen wir auch Göbi, der sich auf den Weg macht mit seiner großen Kamera. Und ich glaube, das hier wird heute ein Fußballspiel, ein Fest für die ganze Region, für die ganze Stadt. Unglaublich. Unglaublich. Da fehlen mir die Worte. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Das hier ist so gigantisch. Da fehlen einem wirklich die Worte. Unfassbar. Ich will nicht wissen, wie viele Männer und Frauen, wie viele Stunden, wie viele Tage, Nächte an dieser Choreografie gearbeitet wurden. Das hier ist wirklich der Wahnsinn. So, genau. Deswegen sind wir heute auch ein bisschen früher auf Sendungen. Es geht gleich schon los mit den Ehrungen. In allererster Linie natürlich für unsere Mannschaft, für den Meistertitel. Storno, kannst du den Petrus noch ein bisschen näher drauf bekommen? Danke. Also wer jetzt keine Gänsehaut hat, wer das hier nicht fühlen kann, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Es muss mal eben auf die Bank steigen, weil sonst sehe ich nämlich nichts mehr. Vor lauter Fätschen. Es ist ein Festtag. Das hatte sich vorher schon angedeutet. Gar keine Frage. Diese Mannschaft, sie hat uns so viel Spaß bereitet über die gesamte Saison. Das war so eine Reife, so eine astreine Leistung. Sie hat uns so viele Stunden, Tage und wenn man das Bayern danach noch einbezieht, auch Nächte geschenkt, in denen die ganze Stadt in bester Laune war. Und sie hat sich das hier mehr als verdient. Ja, doch am Ende weht sie vorn wie eh, oh je, ganz oben in der SV. Ali, du bist wortgewandt, aber ich glaube, bei sowas fehlen auch dir die Worte. Allerdings, man muss sich auch immer wieder hervorrufen, das hier ist Oberliga-Fußball. Es war nicht mehr lange, aber noch ist das hier Oberliga-Fußball. Wahnsinn. Ja, ich kann wirklich nur sagen, da haben die Fans, die Anhänger, hier was abgerissen. Unfassbar. Dankeschön. So, jetzt glaube ich, kommen als allererstes die Verabschiedungen. Und da gibt es heute doch einige, natürlich neben den Bekannten, Norris Roth, Daniel Hammel und Tim Gagné, werden außerdem Jeremy Mikoma, Janis Holweit, Julius Kalweit und Vladislav Schaporuzic verabschiedet. Beginnen mit Vlad, Jeremy Mikoma und Janis Holbach. Ja, schöne Idee, auch mit diesen Erinnerungsstücken. Dann auch noch Julius Kalweit. Dann sehe ich da unten auch noch auf dem Rasen. Und Sie alle haben hier maßgeblich zu diesem Erfolg in dieser Saison beigetragen. Kaum ein Familienname, mir ist so viel Verbundenheit zur Eintracht, wie dieser Name. Tim Gagné, wo bist du? Den Anfang macht Tim Gagné. Tim Gagné, lange verletzt, aber zu 1905 Prozent. Ja, da kann ich sagen, da bin ich über allemaßen froh, dass er eine neue Position gefunden hat bei unserem SVB, in der er uns erhalten bleibt. Ich weiß, dass wir uns nicht verlassen. Für jemanden, Tim, ist in unserem Verein immer Platz. Und deshalb haben wir uns auf eine Zusammenarbeit mit ihm geeinigt, weil wir alle die letzten Jahre mit an dem Tag, die wir haben, kennen können, wie sehr er an seinem Parlament gearbeitet hat. Aber irgendwann muss man ganz oft auch der Gesundheit, der Mut sollen. Aber wir sind sehr zuversichtlich, mit ihm jemanden in unserem Verein zu binden, den wir auch in Zukunft noch sehr, sehr lange bei uns haben werden und an dem wir sehr viel Freude haben werden. Vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Ein schwerer Moment. Ich finde es schwierig, auch die richtigen Worten zu finden. Ich bin ein schwerer Moment. Ja, ich freue mich auch jetzt bei allen, die hier im Stadion sind, bedanken, bei allen Fans, bei der Mannschaft, beim Trainerteam, beim ganzen Stuff. Ihr habt mich jetzt über die letzten 2,5-3 Jahre extrem unterstützt, dass es vielleicht nochmal klappt mit dem Comeback. Es hat jetzt erstmal nicht hingehauen, ich werde mich jetzt nochmal operieren lassen, wer weiß, dass es irgendwann ist. Ja, vielleicht klappt es nochmal mit dem Comeback auf dem Platz, würde mich freuen, aber ist jetzt auch nicht das, was kommen muss. Ich hatte eine wunderschöne Zeit auf dem Platz, viele schöne Stunden. Und auch an den Vorstand, vielen, vielen Dank, dass Sie mich Zeit gelassen haben, vielleicht noch mit dem Comeback zu schaffen. Hat jetzt erstmal nicht geklappt, wie gesagt. Vielen Dank an meine Familie, an meine Eltern, Herrn Oma, Robin und wir halten zusammen als Verein und wir werden noch wunderschöne Stunden hier erleben. Mit mir dann erstmal an der Seitenlinie, aber ja, vielen Dank an alle hier im Stadion. Zweimal war auch er auf dem Rasen einer von uns gewesen und er wird auch bei uns bleiben. Danke, danke, Rammel. Ja. Daniel kam den letzten Sommer zu uns zurück, war immer da, wenn er gebraucht wurde, er beendet jetzt seine Karriere, er bleibt aber auch als Kanaplaner bei uns im Team. Hast du ein Taschentuch? Ja. Und er hat seine Neuverpflichtungen gesehen, viele, viele Aktivitäten hat er bereits jetzt schon gemacht. Daniel, danke dir. So, und jetzt fehlt noch einer. Ja. Das ist unsere Nummer 8. Das ist Maurice Roth. Und das ist das Beste, was die Pfalz je zustande gebracht hat. Ja, da habe ich noch einen kleinen Einwand, aber das weißt du ja. Applaus Das ist das Beste, was die Pfalz ist. Applaus So, und wir starten jetzt mit der Ehrung unserer Spieler für die Meisterfeier. Möchte einer von euch, möchte einer von Ihnen noch kurz was sprechen? Guten Tag auch von meiner Seite. Zunächst einmal ein herzliches Willkommen hier im Krier im Russenstadion. Wir machen jetzt gleich die Meister-Ehrung. Wir ehren einen Meister, der ja schon seit einigen Wochen feststeht. Von daher braucht man auch nicht auszudiskutieren, dass wir hier einen verdienten Meister in der Kern- und Oberlinie der Rheinland-Pfalz sah für die Saison 2023, 2024, 2024. Herzlichen Glückwunsch nochmal an die Mannschaft vom SV Eintracht. Ja, auch die Glückwünsche von den Verbandsfunktionären, die unsere Mannschaft auch noch ehren werden. Ja, und Ali, ich glaube, so viel können wir schon mal festhalten. Mit dem pünktlichen Anpfiff wird das heute nichts mehr. Nee, es hat sich dann doch noch ganz schön nach hinten geschoben. Und die Feierlichkeiten setzen sich im weiteren Verlauf des Tages fort auf dem Trierer Kornmarkt. Programm ab 16.30 Uhr mit vielen Highlights, mit BBC Plus, mit Feines Austria, mit Chris Steyl, mit der Leihendeck-Applaus, mit allen Jugendteams und der ersten und zweiten Mannschaft unserer Eintracht. Und auch die zweite Mannschaft wollen wir nicht vergessen, Ali, ist ja auch Meister geworden. Und Kreispokalsieger. Kreispokalsieger. Und gestern Kreispokalsieger mit einem 3 zu 0 über Mehring. Man merkt, in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen manifestiert. Wenn wir aufsteigen, dann meistens doppelt. Vor zwei Jahren war es die A-Jugend, die in die Bundesliga aufgestiegen ist. Und dieses Mal ist es dann die zweite Mannschaft, die ebenfalls den Aufstieg feiern kann. Auch Daniel Hamel, zum Ende seiner aktiven Laufbahn als Spieler, sichert er sich nochmal eine Medaille. Ich hoffe, die Jungs haben genug Medaillen dabei. Ich hoffe, für den Busfahrer ist auch eine dabei. Ja, das war's. Ja, das haben sie sich verdient. Das alles an Gigantismus nicht zu überbieten, die Choreografie. Würdiger Rahmen heute hier im altehrwilligen Moselstadion. Das haben sie sich selbst erarbeitet. Und natürlich auch er hier. Natürlich auch Jonas Backes, unser Physio. Aber auch er hier gerade ganz besonders, unser Chefcoach, Thomas Klaassen. Ja, und der Pokal, der geht natürlich an den Spielführer und wird da jetzt übergeben. Eintracht, wir! Eintracht, wir! Eintracht, wir! Eintracht, wir! Und Tern ist mit der Früh angelaufen von Shaquille Diallo und das ist das 1 zu 0 für die Gäste. Da waren sie ein bisschen zu schlafmützig. Da sehen wir den Rückpass auf Ternes. Und der sieht nicht, dass da Shaquille Diallo angelaufen kommt. Und dann klatscht das Leder vom Pfosten ins Tor. Ich glaube, das kann man Geschenk nennen. Das war ein ganz, ganz großes Geschenk. Ali, jetzt mal ganz ehrlich, zwei Monate hast du jetzt Pause. Was stellst du eigentlich jedes Wochenende an? Ich habe genug Sachen zu tun. Genügend, glaub mir. Wieder gut gezogen, abgelegt in die Mitte. Da ist Morris Roth mit dem Ausgleich. Und was für einen. Wahnsinnstreffer hier in der 13. Minute von unserer Acht. Der jetzt hier sich selbst das Abschiedsgeschenk bereitet. Und da sehen wir es nochmal. Das war richtig gut gemacht. Zurückgelegt, durchgelassen. Und dann fliegt da Morris Roth rein in dieses Leder. Und er hebt halt auch nicht die Fahne. Gut, seit Auersmacher wissen wir, dass da auch Linienrichter so viel winken können, wie sie möchten. Egal, ob ein Wurf abseits. Und jetzt Brandscheid, ganz allein durch. Brandscheid. Und da ist es. Und natürlich. Brandy's on fire als Tormusik. Und auch er beschenkt uns und sich selbst. Klasse gemacht von ihm. Von dem Mann mit der Nummer sieben. Brandy's on fire. So, und da schauen wir natürlich auch nochmal drauf. Schöner, langer, öffnender Pass auf Brandscheid. Und dann besitzt er die Schutzbrunnen. Und es geht ab durch die Hosenträger. Von Kai Zahler. Ja, und ich glaube, dieser Blick spricht Bände. Das war mit Ansage, das da. Ja, und was für ein Treffer. Wieder zu schlafmützig. Von Shaquille Diallo. Keine Chance für Ternis, das Ding da noch abzuwehren. Da sehen wir es nochmal. Da mussten sie die rechte Seite öffnen. Und ja, das Ding, besser kannst du es aus der Position nicht in die Maschen hauen. Nee. So, jetzt dann noch die Gelegenheit zum Wechsel. Also, Christoph Aspargen und Daniel Hammel kommen in die Partie. Mal gucken, wer vom Platz geht. Und es ist die sieben. Es ist der Torschütze Jan Brandscheid. Und außerdem vom Platz geht Mitte Acht. Und für ihn erhebt sich dann auch nochmal das komplette Stadion. Dann finde ich gut, dass da auch Schiedsrichter Julian. Jan Jung, die das nötige Fingerspitzengefühl hat. Und jetzt gibt es den Spalier für den Mann mit der Acht. Oh, das hat er sich sowas von verdient. Längste Satrierer und hat sich hier ins Herz gekämpft. Alle Anhänger. Burkhard überlässt den Freistoß für Ömer Javus. So, vielleicht jetzt noch der Führungsleffer für den SVE. Ja, Javus. Kurz ausgeführt zu Bösen. Immer noch Bösen. Yes! Und es ist der Kapitän. Es ist Simon Maurer. Und das sah mir sehr, sehr eingespielt aus. Und Maurer sofort in Richtung der Ostkurve. 3 zu 2. Jetzt passt das Ergebnis. Auch zu diesem Tag, der in Trier ein Festtag werden soll. Und seine Fortsetzung gleich auf dem Kornmarkt findet. Da sehen wir es nochmal. Dann spitz gespielt. Und da steht der Mutterseelen allein. Und schiebt eiskalt ein. Mein Käpt'n, mein Käpt'n. Simon Maurer. Simon Maurer. Simon Maurer. Ja. Schön gemacht von Daniel Hamel auf Frusch. Handspiel. Und das gibt Elfmeter. Handspiel von Fabian Post. Kannst du auch keine zwei Meinungen geben. Da haben wir es nochmal. Schön mit Übersicht. Von unserem Leuchtturm. In der Offensive. Von Daniel Hamel. Und da hat der Schiedsrichter keine andere Chance. Jetzt könnte es noch ganz, ganz emotional werden. Denn diese Chance möchte sich Thomas Larsen nicht entgehen lassen. Und bereitet noch einen Wechsel vor. Und es ist natürlich Tim Garnier, der hier die Chance bekommt. Und sich mit einem Tor zu verabschieden. Da müssen auch schnell die Stutzen angezogen werden. Und was für ein Fahnenmehr hier in Trier zu sein näher. Und da hat er schon den Ball in der Hand. Und hat hier die Möglichkeit, sich mit einem Tor zu verabschieden. Und da ist es. Tim Garnier noch einmal da bei Starten. Und da kriege ich Gänsehaut und auch wirklich Tränen in die Augen. Das hat er sich so sehr verdient. Unsere 25. Und da wird er begraben. Vor der Ostkurve. Freunde, diese Geschichten schreibt nur der Fußball. In der 83. Spielminute noch ein Tor für unseren SV. Eintracht! Vier! Eintracht! Vier! Eintracht! Vier! Müller-Künther-Reisen präsentiert das 4 zu 2. Und der Torschütze war unser Spieler mit der Nummer 25. Tim Garnier! Tim Garnier! Tim Garnier! Tim Garnier! Tim Garnier! Tim Garnier! Oh, das hat er sich so verdient. So, und da haben wir das Ganze noch mal. Legt er sich gefühlvoll den Ball zurecht. Und jetzt dürfte die Messie ja auch gelesen sein. Da nimmt er ordentlich Anwurf. Und dann Eiskalt rechts unten in die Ecke und sein Jubel in die Ostkurve. So, und dann seht ihr nochmal die grandiose Stimmung hier im Roselich-Stadion. Heute Oberliga-Oberliga-Meister wird skandiert und das war's. Da ist der Schlusspfiff. Eintracht-Trier gewinnt das letzte Saisonspiel gegen den FVD-Flame mit. Vier zu zwei. Das ist richtig, Ali. Und wer sollte es anders sein als unsere Nummer acht? Maurice Roth. Mo. Ich denke, einen schöneren Rahmen für dein letztes Spiel bei der Eintracht kann es eigentlich nicht gegeben haben. Sowohl emotional als auch für dich natürlich mit dem Höhepunkt des Treffers heute. Ja, absolut. Und dann trifft noch Ganni. Das hat den Tag wohl endet. Das berührt mich sowas. Die Worte vorm Spiel. Unglaublich. Gänsehaut pur. Und so Momente schreibt nur der Fußball. Unglaublich. So Momente schreibt nur der Fußball. Und man konnte es, glaube ich, wirklich auf der Tribüne merken, als du, als der Ball kurz vor dir war, hat jeder den Atem angehalten, hat sich gewünscht, bitte lass ihn treffen. Und du hast das Ding einfach reingehauen und es hat so viele strahlende Gesichter gegeben auf der Tribüne, die diesen Moment dir gewünscht haben. Ja, im Spiel berührt es mich natürlich nicht so, aber dann sehe ich die Jungs auf mich zukommen. Klar, der Spielverlauf der ersten Halbzeit war nicht optimal, aber im Endeffekt hinten raus haben wir es ganz klar verdient gehabt, zu gewinnen heute. Und perfekter Tag, jetzt lassen wir es krachen heute. Genau. Was sind jetzt noch so, ich sage mal, deine letzten finalen Worte in SHOE TV für die Eintracht, für den Verein, für deine Mannschaft, die du für die Zukunft mit auf den Weg geben möchtest? Ja, ich kann mich nur bedanken bei jedem Einzelnen, bei jedem Fan, beim Vorstand, beim Team, beim Team hinter dem Team. Dann mein Kern, der jetzt über sechs Jahre zusammengestanden hat in Höhen und Tiefen, das ist einfach unglaublich. Das wird einfach zur Familie und dafür will ich mich bedanken. Ich verspüre eine riesengroße Dankbarkeit und ich bin einer von euch und werde immer einer von euch bleiben. Maurice, du bist einer von uns und genau so wird es bleiben. Vielen Dank für deinen Einsatz in all dem Jahr. Danke schön. Ich denke, einen schöneren Abschluss für die Saison hätte man sich nicht malen können. Maurice Roth trifft, Tim Garnier wird eingewechselt, macht das Elfmetertor. Du hast direkt mit den Armen gerudert, hast gesagt, Einwechslung, Einwechslung, weil du natürlich wolltest, dass Tim Garnier diese Bude noch macht. Genau, dafür gibt es den Satz, so Geschichten schreibt nur der Fußball. Und so war es sehr emotional, ein Moment für ihn. Für uns, das Stadion, das war einfach auf den Punkt. Und schön hätte diese beeindruckende Saison einfach nicht zu Ende gehen können. Es war vorher schon Gänsehaut, als wir eingelaufen sind, die ganzen Fahnen, die Choreo von den Fans. Riesengroßes Dankeschön an alles und dass wir es dann zumindest heute so auch noch zurückgeben konnten und dem einen oder anderen noch so ein persönliches Highlight bescheren, wunderbar. Dafür gibt es den Fußball als schönste Lebenssache der Welt. Ein Tag, die aus Sportverein erlähmt! 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020